so leute willkommen zurück zu let's play pokémon blatt gründer haben wir den besten erreicht haben einen waldball gefangen und ein klanscher gefangen das eigentlich nicht benutzt wird aber egal jetzt machen wir die kleine hier klar ich bin gekommen und ich bin dir wiki mit einem mauzi wie süß los princess sei gnädig nicht boing boing aber ich habe fast mit leid aber es ist nicht mein mauzi also habe ich kein mitleid haupt sie ja das wird ein feld kann ich überlegen ich verstehe nicht was dieses rote x da soll es i don't understand it na ja warum nicht nur applau das kann ein bisschen nervig werden blöb new aah wie das noch trifft du kleines drecks jetzt machst du lockt durch du kannst eh nicht so groß schadet kleiner hier polyslam und du machst dich klar ja ok also zurückkommen und ich hole mal chris doch schon wenn der pokémon es kommt ja wieder ich traut luke das reitem ja mänky genau dieses pokémon wollte ich nicht haben das extrem schnell sein kann mänky ist aber das schnellste kampf pokémon also raser oder oder ist das schnellste ja ich glaube es ist eines der schnellsten eines der schnellsten auf jeden Fall aber nicht das schnellste ich glaube wie schuhe ist schneller bin mir nicht sicher oder ne raser ist schneller ach keine ahnung mänky wurde verglich die stück die 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 ich habe es zerlegt da hallo leute ich fühle mich von vielen an vielen an das mir auch nicht generell auffällt warum diese komischen randomsätze ich meine du läufst durch die pampa auf einmal man sieht sich eine person und läuft sich zu und sagt so hey ich trage shorts und wollen wir kämpfen kampf wait what naja pokémon hinterfrage nie die logik was ich war schneller geil das finde ich über mir wieder schneller wow vielleicht nicht wesen ne kann nicht sein oder das habe ich nicht viele wesen habe ich schon nachgeschaut ein bisschen ruhiges wesen das schaue ich jetzt schnell nach aber vorher schicke ich mal so so den kampf ruhig 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 so ein Problem so wird jetzt drauf ich bin schneller als macht's wirbeln alle tausend auf wirbeln gemacht ja oh voll drauf und tschüss ruhig wasch plus spezialangriff minus Enid wow perfektes wesen für Sandan ja perfekt ich bin nicht fit tja so was ist denn ich wollte über den Wesen mutig wow plus angriff minus Enid ich habe die besten pokémon nanapbeere wow die bringt mir gar nichts du 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 ich sollte ins pokécenter gehen hab kein bock da unten sind angler wo du will ich dich hin mahakt oh endlich oh wie habe ich das vermisst ähm du 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 ich werde das mal meine lieber verkaufen damit ich den auch ja nicht verwenden ne wenn ein pokémon stirbt ist es tot leider also wenn es besiegt wird nicht wenn es stirbt ich meine generell geht kein pokémon in der attacken wie Flammenwurf und so überleben oder Feuersturm oder Hitze Koller oder 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 Guillotine oh gut das ist eine Kawa-Attacke äh mir lieber will ich keine kaufen ähm habt die Hyperheiler? nö natürlich habt ihr keinen Hyperheiler so paar Heiler habe ich nur drei Stück so erstmal ein paar Superbälle hier elf so habe ich gleich wieder neues pro Jahren jawohl, jawoll, jawohl, jawohl, jawohl ah .. genauso Wärter du bist es nicht der Namensverwärter von deinem Haus mit dem schild gegen deployment haus wo man den namens bewährte da war ich hier oder abend verwandt der fuchsania und man ja nicht so nicht so ich soll ins rocket center gehen so dann verschwende ich schon mal die runde und games prozent und ja ich nehme es mal die ich jetzt mal in anführungszeichen regel raus wenn ich jetzt die boxe das noch nicht geheilt ist das nämlich raus weil ich denke da eh nicht dran also naja klar die gratis heilung werde ich jetzt auch nicht ab nutzen dass ich jetzt jedes pokal ablegen weil dann wieder eine wandelänge ziehen hallo kleinste wissen genutzt aber euch zwei will ich wieder ins team nehmen vor einem erklär wobei übrigens noch nicht relativ wenig die krüner setzten und radikale level 20 und du kommst auch rein ich nehme church aus ja auf den grund das ist wohl ein schlechtes pokal ist mir einfach aus dem ich immer wollte bau raus den wunderschönen denn jetzt will ich jetzt erst mal ein neues pokal von das wieder und unsere kleine truppe kommt ich hoffe es wird ein wunderschönen wenn ich ein wunderschönen werde ich weinen so ich weiß du hattest feuer pokémon ja bin glücksspieler schön für dich alter mann die zottelbart pokano das gewählt man mal gar nicht sagt man angreift los chris nirgendwo die uns zwanzig Prozent größte rücklos zu rücken und spitzenden Silber blick nirgendwo Prozent noch mal er ist ab zurück zurück aber knurren aber trocken dann kommt wobei tut es sich keine schlechte idee weil die pokémon sind doch ein bisschen stark blut ist schlecht jeder zwei pokémon mit 24 ein pokémon mit nur ein pokémon 25 ist auch nicht heftig größer 17 hier gibt stachel sagen dass wir diese nützliche attacke lernst was hast du zu verlieren sondern wir bekommen weg ich nehme die stacheln mit weil man sonnen nehmen was man kann und naja so ein schlimmer sein zum beispiel kratz-rubel rpx rpx und es ist auch weiblich der trainer ist schlau ho sie wohl gesorgt die augen sich so schön so schön so schön rot m wir schauen rpx habe ich in verschiedenen namen zur auswahl wenn ich leider nicht die blöde geknappt aber die andere frage ist werde ich brauchen wohl fix fangen verdammt das buch ist kuschelig pipi bummelhof relaxo ich war nah dran ok mach mal durchbruch ja ich finde die animation in der dritten genannten viel cooler mit drei jenen barbaba so dass man hier oben ist schön aus durchbruch und mit der vierten genannten sind so blöder sind sie so wie karate hier ich mache es ja viel cooler mit drei jenen barbaba du bist geiler aus durchbruch endlich ist kriss mal nützlich du warst nützlich chris nein aus chris widersteht der liebe gut gemacht chris ich bin stolz auf dich und 50 prozent aber ich danke chris so gerne wieso habe ich mich in liebe gemacht ist zu schlagen bitte herr im himmel wenn man wenn du ein herz hast dann lasst es sein wohl fix wohl fix wohl fix wohl fix wohl fix 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 na gut maut ist auch nicht schlecht mit der tat kann es gleich mal aufhören kleiner krise besonder nutzlos also in diesem kampf marsch zurück los marsch war es und es ist weit wie es ist ziemlich gut ich war dann wohl px mann und nein die pokémon auch so gespürt spezial verteidigen marsch was jetzt gar nicht 29 ist ja nicht richtig gut als spielangriff von maus ist sowieso relativ bodenlosen zahltag ouch die münchen verstreut hätte das gedacht ich dachte schwore trifft ich hätte es echt nicht denken können dass es trifft so ich gehe mal auf ein anderes pokémon jetzt hast du dir eine schwache attacke klar du hast kratzer perfekt jetzt warte das kann ich angreifen gefällt mir kratzer kratzer war macht schaden so reicht mir jetzt super ball flieg und schnapp mir meinen maus und 23 die 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 wahl und objekt das sucht nach 14 straßen nach verlorenen münzen jo mich werde ich so nennen wie in meinem feuer und jetzt play nach einer katzen freundin liebt hat über alles nicht so habe ich glaube ich muss dieses team nehmen da das ein bisschen extra training verlangt und jetzt kann ich endlich mal paras ablegen ich muss sagen ich habe nichts gegen paras aber die allerdings wird einfach nur noch nutzlos vor allem für die nächsten zwei jahren da bringt das nix das ist wesentlich besser wenn ich ein anderes pokémon auf level und dann nehme ich bisschen rechts mit denn wer kann noch praktisch werden das ist ja das ist die pokémon die sagen wir mal zur not da sind die zwei pokémon sind im level im höchsten na ja ziemlich guter auf jetzt wie seiner nachgabe challenge ist halt einfach dass du nie weißt wann du welche pokémon benutzen solltest eigentlich dieses spiel so gut wie auswendig kennen weil sie für welche pokémon der trainer oben einsetzen müssen nämlich dass leimanns 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 zu gewinnen benötigst du eine gute strategie wenn die mutter bruchten braucht eine gute strategie wie die sind deine mutter wird sich aufhören ist nicht lustig gleich mal zwei markt auch ein ziemlich gutes pokémon weil im anderen ist es ja das ist ein anderes pokémon wenn ich ihm gereicht weil es eine spezialbeteiligung kann nur sehr nerven mit fluch und schattenstoß von explosion erst recht und mülltreffer und level up erklärt wie geklärt auch in der arena verdammt nützlich werde ich werde nicht mehr nein schade die da die slime ich bin so geil das zu überleben dazu zu überleben und ab neu nach hallo die der sache den wetten sieben kompakt ist das ich erkläre also ich meine die sichter hat die grundsätzlich der beine hat so schnell was den pokémon pokémon oder keine ahnung wo er hat beide deswegen kann es auch kratz haben zu lernen nur sieht man die höchste überleben das überlebt ja mal so klar wie kein schleim hart werden soll er mal erklären soll ja in den z6 ich muss mal schauen ist das mit christmann ist jetzt die mache ich kann ihr da pokémon kaufen dazu ein und ich weiß nicht ich glaube ich werde sie nicht nehmen lassen oder mal schauen ich weiß ich denke mal nicht so ja die zwei punkte dürfen dann jeden doppelkampf machen hallo die kraft von zwilling ist fantastisch musst du das wenn ich die kraft der zwillinge denke dann denke ich an wenn uns wenn ihr aus pokémon rubin sagt jetzt mal ab und da denke mir so gottesnamen ich habe diese arena so sehr allein wegen dem rätseln und sagt ja aber das andere geschichte und polo vom ruf ist nerviger nur eine sechser verdammt das viel zu wenig das reicht nicht so wenig ab so wenig wow mädchen battle hier der musste sein so was kommt du plötzlich auch geklärt das ist nicht nett nein aufhören böses pokémon so ruf zurück die vier m und wird eine 10er und eine 5er ok so wo ist die kraft der zwillinge jetzt aber ab wie los ist unsere zwillingskraft tja ich benutze die kraft meiner mädels die für mich kämpfen das klingt so cool meine mädels kämpfen für mich superträck so ich muss meinen voltoball trainieren aber ich hab da kein bock drauf oder war das toll chris auch aber es sind die entwickelt sind und bessere attacken beherrschen ich glaube dass ich mal ein bisschen leveln so wer war für euch der multi trainer verdammte war das morgen trainer die schule macht spaß bockmann zu drehen aber auch den zwölf 26 sind nervige attacken smog die wolke oder sonst noch die volk genau sie sind auf 100 prozent mindestens zwei über 10 überleben weil es eine gute verteidigen dass viel rom sch ooooh ooooh die konkurren pokémon dabei wo kommt schon zurück alle neben nun 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 amt blöden gibt attacken Nein! 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 PURPLE! Warum ist PURPLE?! Du Mistschwein, du hast PURPLE getötet. Dafür töt' ich dich! Ich! Purple! Purple! Warum? Warum? Du Schwein! Du hast... Mein Körper... ...getübtes... Mein Hauptradikal... Es war doch so jung! Nein! Mein Purple! Nein! Warum? Purple! Nein! Purple! Warum? Purple! Es war schön, dich gekannt zu haben! Auf Wiedersehen! Lauf! Zu den anderen Radikals! Lebe dein Leben! Auf Wiedersehen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Purple, ich danke dir für alles, was du uns, wobei du uns geholfen hast. Purple, du warst ein tolles Radikal. Deine Zeit ist gekommen, dich wieder mit neuen Radikals zu treffen und zu spielen. Ich wünsche dir eine schöne Freiheit. Bis dann, Purple. Auf zum nächsten Trainer. Auch wenn Purple's Verlust ziemlich hart war, wir dürfen ihn. Nicht vergessen, Purple hat sich für uns geopfert, damit wir weiterkommen. Genau das werden wir auch tun. Wir werden Purple's Willen verfolgen, weiter kämpfen. Wir werden nicht aufgeben. Für uns gibt es kein Ende. Wir werden alles schaffen. Purple, glaube ich. Warum Pikachu, ich mag Pikachu nicht. Na, Faschus-Pokémon. Sorry. Ich auch mal, ich klinge nicht zu emo-haft, aber... Ihr könnt euch vorstellen, dass der Verlust eines Pokémons, vor allem in der Nuttlock Challenge, ziemlich harte Folgen haben kann. Und ja, es ist hart, für jeden von uns, vor allem für mich. Und ja, mein Name ist Purple. Aus dir wurde mein Radikal, keines Radfatz, und nun ist es leider dahin geschieden. Naja, eigentlich ist es wieder bei einem anderen Radikal, aber ist ja nicht dasselbe. Jetzt kommt die 8er, toll. Danke, Claire. Du siehst aus wie ein, ähm, wie hat die Dinger, ähm, ne, ich kenne eine Ahnung, wie die heißen. Ihr wisst schon, diese Schokoküsse, genau, Schokoküsse, genau, die Nidoran. Jetzt hast du die 8er raus, schön gemacht. Jetzt ist es gut. Ich hätte ja auch eine 6er ausgereicht hier, aber nein. Und Nauzi, da wächst ich lieber aus, denn Nauzi könnte eine überleben und kann ziemlich hart zurückschlagen. Deswegen würde ich lieber mal Prinzess. Alter, das gemacht, Kratzer. Doppelkick, bam. Wow. Voltafer, das gefällt mir sehr. Meow, meow. Schau, was du getan hast. Schau, was du das Streberporn getan hast. Probier's mal. Unser Dicker eindrücke, sehe ich. Von einem Schokokuss zu einem Dreikäpfel und Schokokuss. Yeah. Glückwunsch, deine Claire, aber du zu einem Dickdry. Komm, ist nur dreimal so cool wie vorher. Sandgrab, wo Gott das Namen, nein. Wow, Gott, mir geht es zu Regen. Ich glaube, selbst der Pokémon-Gott will um Körper trauern. Das ist mir nicht unten. Ich hatte ein melancholisches Geld. Das ist ein schwarfiges Gedanke. So haben wir Pokémon, denkt ihr vielleicht. Aber es war ein Freund, ein Kamera. Ich habe ihn geliebt wie mein Sohn. Okay, es kann nur noch schlimmer werden hier. Aber ich würde sagen, Leute. Das war's von Pokémon Blood Green. Das ist noch Challenge von heute. Im nächsten Part gehen wir nach Prismania City. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio. Ich habe ihn gefragt. Ich habe ihn meine Ihr König. Am Anfang. Und ich hoffe, Gott das zu haben.